Nachdem Marcel die Kalos-Region vor Team Schnöselpösel gerettet hat, hat er sein Abenteuer fortgesetzt und befindet sich derzeit auf Gute 18. Mal sehen, was sie noch alles erwartet. Buongiorno, meine kleinen Macaronis! Ich bin so glücklich durch das Signal hier und willkommen... Alter, leck mich doch am Arsch, was ist denn los? Hilfe! Willkommen bei einem neuen Part von Pokémon X! Wir befinden uns nicht mehr auf Route 18, sondern in Mosiah City. Das ging ja jetzt echt schnell. Und wir sind kurz davor, etwas zu finden. Eine prachtvolle Feder! Die stecken wir uns an die Mütze und laufen rüber in die Indianer. Ja, Alter. Ist noch... Wo ist hier was? Wo? 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 Da ist es. Total offensichtlich unauffällig und bla bla bla. Und? Oh! Oh, ein Pokémon! Wie geil! Ja, wir sind in Mosiah City angekommen. Ging doch schnell, als ich es noch in Erinnerung hatte. Ja, bist du? Hier, die Themenkehrtwende. Äh... Danke? Der Typ ändert aber auch alle fünf Minuten seine Meinung. Eine Kehrtwende nach der anderen. Äh, ja, alles klar. Shih Tzu? Hallo? Hallo? Huch! Hallo hier! Danke! Ach, er hielt er schon wieder. Können wir verkaufen! So! Äh, ja, wir sind in Mosiah City. Ach ja, der Professor wollte uns hier treffen, ne? Und ich glaube, ich habe etwas, ähm, ganz Wichtiges vergessen. Deswegen werde ich gleich einmal kurz fliegen müssen. Was war Frisur? Keine Ahnung. Ich habe nicht genau aufgepasst. Jetzt verkaufen wir erstmal schnell den ganzen Scheiß, damit der Part auch möglichst... Joaah... Äh, 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 wird der Träger betört, gilt's... Ach so, ja. Ähm, damit der Part auch möglichst billig anfängt. Wir wollen ja hier Qualität vom Feinsten bieten. Schattenglas, Glücksei, mein Ei habe ich immer in der Hose. Das macht mich glücklich. Prachtfeder, die rein gar nichts bewirkt. Aha, sehr toll. Wiederbehalt, Frost, Tafel, Rex, Möster, Metall, Blablabla, Blablabla... Wo war denn der Scheiß? Ach ja, hier. Und tschüss. Und tschüss. Super Trank, der ist so billig, den brauchen wir nicht mehr. Ah, da, 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 da. Joa, den Rest können wir so lassen. Kehrtwende. Ach ja, das ist die Käferattacke, stimmt ja. Aha, aha, aha. Okay, die gehen wir raus. Kaufen, habe ich gerade richtig gesehen. Oh, wir haben so viel Geld? Alter, 231.802... Oh, 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 oh. Wir sind reich. Schnell Geld ausgeben. Top-Genesung. Ne, wir nehmen ja nur noch... Obwohl... Das ist doch besser, wenn wir den Hypertrank nehmen. Dann sind wir... Mit einer vollen Heilung müssen wir maximal zwei ausgeben. Und sind immer noch günstiger weg als bei so einem Scheiß-Top-Trank. Den verkaufe ich wieder. War ein Verlustgeschäft. Ja, ich gebe es zu, es war ein Verlustgeschäft. Der knickrige Geiz-Hals hat ein Verlustgeschäft gemacht. Uhu. So. Man ist das spannend hier. Top-Trank. Yay. Und weg damit. Mit dem ganzen Müll hier. Ja, vier Minuten lang nur Scheiße gebaut. Goal. Voll die Action hier. Ja, ja. Sehr interessant. Bitte halt mal kurz meine Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich es brauche oder nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit dieser Poké... Mit dem Pokémon Center sind wir jetzt sowas von verbunden. Wir können hier immer wieder hinfliegen, wenn wir wollen. Wenn wir lustig und launisch sind. Und jetzt werde ich doch mal noch schnell. Das wollte ich eigentlich im letzten oder vorletzten Part machen. Oder sonst wann. Ich glaube im letzten Part wollte ich das machen, aber habe es voll vergessen. Alter, es ist schon wieder so spät. Ich glaube, ich kriege wieder die Tm Flammenwurf nicht. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Von der Zeit her. Ich glaube, ich muss da mittags hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube mittags, ja. Ich glaube mittags ist es sogar ganz richtig. Ja, toll. Hey, so sieht man sich wieder. Wie läuft es als Haus? Du weißt ja, ich bin Mist miteinander. Und ich trage das Wärmbord über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal nur zur Sicherheit, mein Schätzchen. Soll ich dir die O-Kraft erklären? Hey, alles klärchen, Puppärchen. Du weißt eben Bescheid als Haus. In diesem Sinne empfangen meine Kraft. Mehr miteinander. Oh, come away. Hey. Ehehe. Die OP-Kraft erhöht die nach einem Kampf hatten Erfahrungspopel. Denk daran, wie du kannst über das PSS auf die... Über das... Über das PSS... Auf die Ohrkraft zugreifen und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte im Level an. Also setze sie am besten schön fleißig ein. In dem Sinne, ich werde da mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Ah, verziehe ich. So, das hätten wir. Dann Salamandra, bitte bringe uns wieder hierhin zurück. Ja, und wir fliegen. Ja. Ist der Okama-Schwuchtelin jetzt auch wieder hier? Nein, ist er nicht. Geil. Puh, Glück gehabt. Ich will hier nicht zwang, wenn wir in einem Part sprechen müssen. Das ist ja grausam. Das geht hier ja hoch. Das würde ja sogar mir offen sein. Hier finden wir jedes Mal eine Prachtfeder, wenn wir hier hinkommen. Aber die ist doch für nichts zu gebrauchen. Was soll ich mit dem Scheiß? Nö, du Arschgeige. Mach mal mit ab hier. Ah, das wäre echt so blöd. Ja, komm. Was? Ach, halt die Klappe. Ja, ist so billig gefragt. Das ist... Boah. Tutorial, schmutorial, sag ich dazu nur. Bla, bla, bla. Na du? Ich liebe den Fähigkeitenkrieger im Fernsehen. Ich möchte auch eine Poké-Fähigkeit haben. Boah, Wandlungskunst! Ich wünschte, ich wäre ein Pokémon. Dann könnte ich immer an seiner Seite sein. Äh, okay. Ewige Liebe oder Stalker? Was denn? Man kann ja nicht einmal... Nö. Ich muss mich für Flordelis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlichst. Oh, ich wollte dir außerdem noch von Herzen danken. Herz. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen. Auf dieser Welt, deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flair aufhalten konntest, hast du auch Flordelis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Pokémon und Menschen, dass die Welt, die sie beherbergt, an ihre Grenzen stößt und unter der Last der Menschen und Pokémon zerquetscht wird und implodiert wie ein Neutronenstern. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar ihrer Bewohner von Gier getrieben werden, bleibt für andere wenig übrig. Auf einem Neutronenstern implodiert. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Rohstoffe aufgebraucht wären. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal mehr etwas stehlen könnte, weil dieser Neutronenstern implodiert ist. Ich hatte gehofft, Flordelis würde sein Ego hinten anstellen und die Welt in eine Zukunft führen, in der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, eine neue zivilisatorische Höhenpunkt zu erreichen. Oh Mann, ein schweres Wort. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon. Marcel, ich möchte, dass du und dein Pokémon-Team jetzt mal mit allem, was ihr auf eurer langen Reise gelernt habt, gegen mich angeht. Das kannst du gerne haben! Du leicht grey-grey-mäßiger Professor! Bitte was? Jawohl! Los, Motorbike! Mit Vollgas werden wir dich vernichtend schlagen! Aber nicht mit diesen Attacken hier. Ähm, ich würde mal sagen, die Honigkühlen... Ah, ne, warte, dieser Fläußer... Oh, okay. Ach, die, ach, die... Kacke! Oh, es sorgt sich um uns mit... Hexer-Plager, Insomnia. Was macht Insomnia? Ich weiß es nicht. Scheiße! Stachel-Finale? Bssst! Shit! Blütenwirbel! Es wirbelt sich einfach eine Blüte! Das ist ja ekelhaft! Gift-Shock! Äh, äh, äh... Naja... Uh, jetzt tanzt es auch noch mit uns! Ich bin entzückt! Entzückt-et-et-et-et! Gift-Spitzen! Los! Spitze ihr alles zu! Die Nächsten sollen sich hier richtig freuen! Weißt du? Lass mich in Ruhe! Boah, das ist dumm! Wie schön! Es ist schön, ein dummes, gegnerisches Pokémon zu sehen! Gift-Heap! Zack! Oh! Das habe ich jetzt nicht erwartet! Oh, nicht genügend, ich kriege viele Punkte! Motorbike auch! Und erreicht Level 56! Gluck! Man, warum fliegst du nur? Jetzt bringt das alles nichts mehr! Scheißen Dreck! Gift-Heap! Nein! Ich dachte, ich bin schneller! Du Wichslappen! Na warte, du willst einen Kampf? Den kannst du, sollst du und wirst du kriegen! Glurak gegen Salamandrach! Und ich würde mal sagen, wir zerszletzeln ihn so aufs Übelste, so richtig krass fett! Geil, ey! Ja, genau so in etwa! Dieser geile Ruf! Und jetzt weine das gegnerische Glurak aus! Oh, yeah! Mann, das war ja voll stark! Ich bin begeistert! Dunkelklaue! Zeig ihm, wer der Boss ist! Bäh! Glurak stirbt! Und geht zu Boden! Salamandrach erhält Punkte und fast ein Level-Up! Hallo, Tutork! Es tut mir schon halbwegs leid! Eigentlich nicht, aber auch egal! Ähm, nam 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 nam! Wir schlitzen es! Schlitzen, schlitzen! Zack! Boah, Alter! Schon wieder ein Volltreffer, wie geil! Nicht mehr sehr effektiv! Sehr schön! Wir werden es so besiegen, wie es peinlich für ein Wasser-Pokémon ist! Mit Feuer! Und Salamandrach erreicht Levels 59! Sehr schön, sehr schön! Punkte können sich sehen lassen! Du besiegst Platon! Du besiegst Platon! Großartig! Die Zeit mit deinem Team und eure gegenseitige Zuneigung hat zu einer starken Verbindung geführt! Das ist das Ergebnis eurer Stärke im Kopf! Gib mir dein Geld, alter Mann! Naja, so ist er nicht, aber gib mir dein Geld! Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du doch geworden bist! Man spürt, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst! Marcel! Ich habe in dieser Stadt einen Schatz versteckt! Wenn du willst, kannst du ja danach suchen! Wie dem auch sei, ich muss dann wieder los! Ich bereite nämlich gerade eine Überraschung für euch vor! Immerhin habt ihr euch tapfer Team Schnöselpöse gestellt und ganz Kalos vor dem Untergang bewahrt! Wenn ganz Kalos durch den Angriff der ultimativen Waffe ewig leben würde, fände ich das jetzt nicht gerade tragisch! Ich meine, alle, die sich hier gern haben, können ewig miteinander rumalbern! Ein Fotoalbum für eine Hexe? Nein, danke! Möchte ich nicht sehen! Das ist ja nur so ein wirrer-Bilder! Hallo! Hallo! Was, 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 was? Welches Pokémon hast du zu mir in deinem Ausgut? Aha, Froxy! Dann... Dann sind wir Froxy! Äh... Ja, das erste war eben falsch, ne? Ja, ja, ja... Wiegt Froxy? Ja... Ja... Profi, was, du gefällst mir hier? Das ist für dich... Zauber-Wasser! Ja, ja, ja... Mimikri! Du willst ein Pokémon mit Mimikri... Mim... Mim... Du willst ein Pokémon mit Mimikri sehen? Hab ich nicht! Gibt's nicht! Schieb's dir! Warte mal, warum? Ich wollte doch erst noch... Hier! Hallo? Achso! Feuer! Ach ja, toll! Feuer, ja, ja! Wie geil! Ich würde mal sa... Nein! Ich würde mal sagen, wir setzen uns erst mal hin! Huch! Wollte ich gar nicht! Ich wollte... Genau das wollte ich mal! Sieht schon schön aus! So, jetzt war es aber genug mit Panorama! Hallo, du da! Ah, Carpador-Geschichte! Ja, ich finde die auch... Die ist so herzergreichend, diese Carpador-Geschichte! Ah! Habe ich auch diesem Carpador-Trainer damals erzählt! Ah, der war auch so... Oh, der war so mitgerissen! Ah, herrlich! Schön, Schuppe! Warum liegt es doch nicht hier? Top-Trunk! Yay! Können wir verkaufen, weil... Einfach benutzen! Ich kann mich verkaufen! Ja, wir verkaufen die einfach! Na, du? Dieses Tafelwasser! Ach, schieb's dir doch! Du kannst dein... Du kannst dein Spülwasser sonst wohin tackern! Mann! Oh, ich bin für den hier! Nium, 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 nium! Ah! Ein Hotel! Ist ja ewig her, dass wir mal in einem Hotel waren! Was? Als was ist ein kleines Allgetan? Sonst bitte! Siede... Oh, geil! Siedewasser! Cool! Perso-Kriebe, ja, bla bla bla! Aha! Vor tausend Jahren! Mehr habe ich nicht gelesen! Geil, wir haben Siedewasser! Die wohl geilste Wasser-Tacke, die es gibt! Ich meine, sie verbrennt! Und ist stark! Und verbrennt! Ich meine, sie verbrennt! Hallo! Carlos ist ganz schön groß! Ja, ja, ja! Nicht klein! Nein, nein, nein! Ich ahne Schreckliches! Ja, sie verbrennt! Ja, sie verbrennt! Das kann ich nicht, ey. Nicht ein paar, zweimal. Nee, ist tut mir leid, aber... Nee, das geht nicht. Das geht ums Verrätten nicht. Es geht einfach nicht. Vielleicht bin ich noch ein bisschen ruhig. Ich quatsche nicht so, wie ein Wasserfall, wie sonst immer. Nicht daran, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Diesmal ist die Erkältung... Oh. Ist das Verschnuppte doch ein bisschen intensiver als sonst. Bla, 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 bla. Hier ist sonst niemand. Ach, Mann, ich will den Pistenbild nicht ansprechen. Die sind aber so schnell durch, ne? Ich würde mal sagen, wir beenden einfach im Hotel den Part. Dann haben wir jetzt mal einen ruhigeren Part, wo wir ein bisschen gequatscht haben und so weiter. Also in-game, out-game. Nicht so wirklich, so real-life-out-game, was ein Moth eigentlich nicht haben sollte, dürfte haben, sein. Äh, 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 ich will das nicht im nächsten Part machen, aber, äh, was soll's. Ja, in dem Sinne, meine kleinen Makaronis, verabschiede ich mir von diesem etwas ruhigen Part. Es gab schon spannende, aber naja, ey, im nächsten wird's bestimmt voll geil. Ich weiß es nicht, aber es wird bestimmt voll geil. In dem Sinne, arrivederci, und wir sehen uns gleich morgen im nächsten Part wieder. Okama Ehrenwort. Tschadaloo!